ja hallo leute ich bin es wieder euer masterkiller wir spielen heute escape vom taprofitter und ich zeige euch heute wie man diese quest vom prapo löst und zwar die postman pet die ist eigentlich im grunde ganz einfach da muss man die factory rein da gibt es eine leiche da muss man diesen diesen letter also den brief holen die factory verlassen und den brief der therapist dann übergeben so jetzt sind der factory in der großen mittleren halle gerade aussieht ja die brücke und rechts ist ja der raum mit der leiche drin da müssen wir hin ihr seht den brief rauszuholen das ist dann ein wenig fummelig aber kein problem und nicht vergessen wenn ihr den brief habt dann die map factory lebend verlassen so das video war ja dann auch wieder ganz kurz und knapp ich hoffe es hat euch gefallen und zwar informativ wenn es euch gefallen hat einen daumen nach oben bitte und ein abonnement für den kanal ansonsten sehen wir uns dann demnächst wieder bis dann ciao hier 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 hier